Wir haben gefragt, wollt ihr eine neue Festhalle und die Bevölkerung hat gesagt, ja, wir wollen eine neue Festhalle. Dann haben wir noch gefragt, seid ihr bereit, etwas zu zahlen für eine neue Festhalle? Und dann hat die Bevölkerung nochmal gesagt, ja, wir sind bereit, etwas zu zahlen für eine neue Festhalle. Das freut mich sehr, ein doppeltes Ja, das ist eine gute Nachricht für den Messerplatz Bern, für die Berner Wirtschaft und natürlich auch für die Berner Kultur. Hätte ich vor zwei Jahren so noch nicht geglaubt, noch nicht gedacht, jetzt freut es mich umso mehr.